servus und hallo aus dem autoladen dresden und herzlich willkommen zur fahrzeugpräsentation dieses audi a5 2 liter tefes i quattro das ganze hat ein s-line paket eine sehr umfangreiche ausstattung hat jetzt in dem fall 110.000 kilometer gelaufen und wenn er jetzt hier gleich mit um die ecke kommt seht ihr diese riesen felgen diese s-line felgen in 20 zoll mit einem vernünftigen kontinentalreifen sehen wirklich mega aus also die ist passend super aufs auto sieht er fast aus wie der s5 sozusagen und alles in allem machen wir das video um euch den zustand des fahrzeugs so ein stück weit näher zu bringen das heißt wenn ihr interesse daran habt habt ihr ja schon mal einen ersten eindruck ich denke der kann sich bei dem auf jeden fall sehen lassen hier ist nichts abgekrabbelt oder sonst irgendwas weil man muss ja sagen das fahrzeug ist aus baujahr 2011 und in dem fall zehn jahre alt aber ich muss ehrlich sagen das sieht man dem nicht an dass er sehr vorbesitzer hat sein auto gemacht der hat jetzt keine übermäßigen gebrauchsspuren oder irgendwas und es ist an sich auch wirklich ein zeitlos schönes auto und ich bin ehrlich mir gefällt es dementsprechend deswegen gut wegen den großen felgen das passt wirklich bombe also sie wirklich mega aus ich denke die fotos die man bei mobile und auto scouts hinterlegt haben das sind ungefähr an die 30 dort könnt ihr auch noch mal schauen der link ist im übrigen unten drunter unter dem video da braucht er einfach bloß draufklicken und da findet er die komplette fahrzeugbeschreibung und dementsprechend auch noch 20 bis 30 bilder vom fahrzeug an sich wem das video jetzt noch nicht reicht sag jetzt mal nicht so viel ich lasse es einfach mal wirken paar kleine gebrauchsspuren werder vielleicht finden das sind so mini kleines ding das kann man vielleicht noch mal probieren zu polieren ist die frau ob man es auf der kamera überhaupt sieht ich habe jetzt gesehen weil ich probiere es über das video so transparent als möglich zu machen für euch ich gucke mal vielleicht für euch nach der bremse man kann das im prinzip relativ einfach merken wenn die so einen kleinen grad hat oder irgendwas dann ist bei der überhaupt nicht die scheint neuwertig zu sein der bremskopf hat locker noch vier bis fünf millimeter die scheibe sieht auch wunderbar aus also hier erwarten euch jetzt erstmal keine folgekosten und sollten wir das interesse am fahrzeug geweckt haben dann lasst es uns gern wissen wir sind unter der woche 10 9 bis 18 uhr da und am wochenende 10 bis 14 uhr dort stehen wir mit ratenthal zur seite wir sind ausgestattet mit diversen iphones und android handys das heißt videotelefonie geht auch da können wir das fahrzeug euch noch mal ein stück näher bringen weil sollte jetzt doch noch irgendwie ein kleiner steinschlag sein oder ihr habt jetzt was gesehen wo denkt hey was war das zeigt uns das noch mal dann machen wir das natürlich gern für euch und das ganze auch transparent dass ihr wisst was für ein auto euch auf euch hier wartet das heißt wir bieten zwei varianten das einmal online per videotelefonie das geht per e mail hin und her zu schicken alles die bestellung wir können eine finanzierung rechnen wir können die in zahlungnahmen angucken das geht alles genau wie als werte hier vor ort das haben wir jetzt ein jahr lang geübt und ansonsten wenn die inzidenzzahlen es zulassen dürfte natürlich auch gern vorbeikommen und das ganze probeform also ich danke euch erstmal fürs zuschauen bis zum nächsten video macht's gut bye bye